Das können Sie jetzt auch gedanklich bei unserem Spaziergang, in dieser Demonstration durch diesen Stadtteil zum Neckar. Zuvor noch diese Ansagen. Erstens um 20 Uhr können Sie im Württembergischen Kunstverein den Vortrag von Nico Kiech hören zum Thema Nachhaltigkeit. Interessenten müssen jetzt nicht losrennen. Sie kämen rechtzeitig hin mit der U14 um 19.42 Uhr, Halterstelle Wilhelma zum Hauptbahnhof, mit der U2 und der U1 zum Charlottenplatz von der Halterstelle Mineralbilder, 19.38 Uhr, 43 und 47. Das ist doch ein Service! Zweitens möchte ich an die Kundgebung auf dem Marktplatz am 26.04. um 16 Uhr erinnern. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe 20 Jahre Bahnreform und Stuttgart 21. Es reden Egon Hopfensitz, Sabine Leidy und Volker Lösch. Dazu gibt es Flyer. Nehmen Sie welche mit am Infotisch, links von mir, und machen Sie Werbung. Am Beginn der Demonstration werden diese Flyer auch zum Weiterverteilen verteilt. Und jetzt noch eine Mitteilung des Aktionsbündnisses. Ich bitte Peter Konradi an das Mikrofon. Ich werde gleich wiederkommen. Applaus 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 Applaus